Hallo und Willkommen zu Let's Play Tomb Raider Anniversary mit Lara Korf Wir gucken schon mal die Belohnungen nach, wie ihr seht, habe ich das Spiel zum ersten Mal Also, das ist die Musik Geleitwort für die Fans Hallo Leute, es ist kaum zu glauben, dass das erste Tomb Raider Abenteuer und Lara Korf nun schon 10 Jahre alt sind. Heute sind es sogar schon, warte 2010, das sind 2000, 2004 Jahre, 14 Jahre Damals steckte die 3D Technologie noch in den Kindern schon und die Technik und das Gameplay von Tomb Raider wurden als Meilensteine gefeiert Eine mächtige Heldin epische Schauplätze und eine Welt, die dem Spieler nie dagewesene Möglichkeiten bucht sorgten dafür, dass sich Tomb Raider deutlich von anderen Titeln abhob Heute, 10 Jahre später, hat sich einiges verändert Es gab gewaltige Fortschritte bezüglich der Leistungsfähigkeit der Hardware und der Qualität der Spielererfahrung Spielerfahrung Diese Entwicklung und Lara was spieltechnisch 10. Geburtstag waren für uns Grund genug, basierend auf dem Originalspiel ein brandneues Abenteuer zu entwickeln das weit mehr als mehr als mehr als mehr als ein simples Remake sein sollte Schon bei unserem ersten Meeting waren wir uns einig, dass das Spiel ein Dankeschön für die langjährigen Fans der Serie sein sollten Gleichzeitig sollten allerdings Spieler, die Lavas Debüt vor 10 Jahren verpasst haben die Chance erhalten ihr erstes Abenteuer nun doch zu spielen Wir wollten alle Komponenten an die sich die Leute erinnern übernehmen und einige neue Elemente einbauen um auch altgediente Fans der Serie zu begeistern Es war ein hartes Stück Arbeit das optimale Verhältnis aus nostalgischen und brandneuen Elementen zu finden und das Gefühl der Isolation des Originalspiels auch in der Neuauflage umzusetzen Darüber hinaus haben wir die Story erweitert und gestraft um das ganze Potenzial der Geschichte auszuschöpfen und dem Spieler einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit der einzelnen Sharktas zu gewähren und obwohl das Spiel in weiten Teilen eine Kopie des Originals ist haben wir die Möglichkeit genutzt um einige Aspekte des Gameplays Lavas Bewegungen zum Beispiel zu modernisieren das Alte und das Neue das Vertraute und das Unbekannte das Wechselspiel zwischen den Vergangenheit und der Gegenwart das im Zentrum jedes Tomb Raiders Abenteuer steht stand auch bei der Entwicklung dieses Spiel im Vordergrund ein Spiel das sich an seinem Vorgänger orientiert und gleichzeitig als eigenes ständiges packendes Abenteuer bestand hat das Spiel das sie gerade geladen haben ist das Ergebnis dieser Ideale dieser Ideale wir alle hoffen dass sie bei der Super nach den sagenhaften Sion von Atlantis viel Spaß haben und schon heute gespannt sind was Lara und Tomb Raider in den nächsten 10 Jahren in Petto haben viel Spaß beim Spielen und danke dass sie uns 10 Jahre lang die Treue gehalten haben Jason Botter Kreativdirektor Tomb Raider und Rosary vielen Dank das war schon der erste Part meine Damen und Herren es hat Spaß gemacht wie Lara Korf jetzt sagen würde ähm was würde ich nicht sagen guten Tag nein das würde jemand anders sagen also auf jeden Fall sage ich Tschüss und in dem nächsten Part starten wir das Spiel ich hoffe dass das Spiel nicht Copyright versichert ist es soll ja eher ein Review ein Let's Play werden kein Gameplay Videos World Road und wenn es irgendwelche Probleme gibt frage ich bei Eilus direkt vor der Tür das mache ich jetzt wortwörtlich das war schon eines nur Spieltipps mit dem neunten Part zu Let's Plays ich finde äh Entschuldigung ich habe nichts gesagt zu Let's Play Tomb Raider Anno Zerbi mit Lara Korf over and out Au revoir Tschüss Guten Tag bei es wird Spaß machen es wird Spaß machen 3 2